Hallo, ich möchte euch heute den Becher des Pythagoras vorstellen. Ein Trinkgefäß, das den Benutzer nötigt, moderat zu trinken. Er sieht von außen aus wie ein ganz normaler hübscher Becher, außer dass er eine Mittelsäule besitzt. Diese sitzt direkt über dem Schaft und über dem Loch am Ende des Schaftes. Ein kleines offenes Räuchchen läuft von diesem Loch fast bis in die Spitze der Mittelsäule, wo sich eine offene Kammer befindet. Diese Kammer ist verbunden mit einem zweiten Räuchchen, das zum Boden der Mittelsäule führt, wo eine Öffnung den Inhalt des Bechers einlässt. Solange die Flüssigkeit nicht höher als das Niveau dieser Kammer steigt, funktioniert der Becher also ganz normal. Der bescheidene Nutzer kann so sein Getränk ganz in Ruhe genießen. Ist er jedoch zu gierig und schüttet sich bis über den Füllstrich ein, leert sich der gesamte Inhalt auf den Schoß des Trinkers. Diesen handgearbeiteten Keramikbecher, weitere kluge Sachen und Kartonbausätze für wissenschaftliche Instrumente gibt es in unserem Online-Shop astromedia.de zu entdecken. Viel Spaß beim Stöbern! bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.